Wenn du hoch in die Lüfte springen möchtest, brauchst du die bestmöglichen Sprungfedern. Diese besonders langen Federn bieten dir für lange Zeit ausgezeichnete Sprungkraft. Sie kommen in einer intelligenten V-Form daher, sodass mehr Federn unter deinem Trampolin Platz finden. Denn mehr Federn bedeuten mehr Sprungkraft und sorgen so für einen optimalen Sprungbereich. Während des Springens spürst du, wie du ganz automatisch in der Mitte springst. Du springst besser und höher als je zuvor mit Twinspring von Berg.